Wir haben nie irgendwie schlecht über Leon geredet. Leon ist ein großartiger Spieler. Leon hat für den FC Bayern Großartiges geleistet. Konkurrenzsituationen sind im Fußball, denke ich, ganz normal. Bei unserer Leistungsgesellschaft auch. Wenn ein junger Schreiber kommt, der besser ist als sie, dann haben sie das auch eng vielleicht. Dann wird die Reaktion vielleicht auch eine neue Entscheidung fällen. Das ist manchmal so. Aber nichts Böses. Dementsprechend ist Leon volles Mitglied der Mannschaft. Das, was die Mannschaft auch sagt. Wir sagen nichts anderes. Wir sagen nur, oder wir haben angedeutet, es kann halt schwer werden. Punkt. Das ist es. Wenn er bleibt, ist er vollständiges Mitglied des Kaders. Also Bayern hat keine Trainingsgruppe 2. Bayern schickt keine Spieler weg. Bayern sagt ganz offen, ganz transparent, wie die Situation ist. Und dann kann man damit umgehen.